Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ja mittlerweile einige Videos zu Minecraft-Plugins. Und ich weiß auch, dass viele von euch gelegentlich Minecraft-Plugins programmieren und diese veröffentlichen wollen. Deswegen stelle ich euch heute eine ganz neue Plattform vor, um eure Minecraft-Plugins zu veröffentlichen. Die Plattform, von der ich spreche, ist deinplugin.net. Früher wurden da Plugins verkauft, aber Max aka Bifi hat diese Plattformen aufgekauft gehabt und mit einem grundlegend anderen Konzept neu gestaltet. Jetzt geht es nämlich nicht mehr um Geld, auf dieser Plattform sind eben alle Plugins kostenlos. Es geht um etwas viel, viel Wichtigeres. Auf dieser Plattform sind alle Plugins Open Source. Das heißt, sie sind quelleroffen. Da gibt es nur quelleroffene Plugins. Das heißt, der Code ist für alle öffentlich verfügbar und alle können an dem Code dran arbeiten von den einzelnen Plugins. Wenn ihr euch damit noch nie auseinandergesetzt habt, dann mag das erstmal negativ erscheinen. Da kann ja jeder euren Codes klauen, aber das ist das überhaupt nicht. Open Source hat nämlich sehr, sehr viele Vorteile. Da jeder an einem Code, aber du auch an einem Code von anderen arbeiten kannst, führt das erstmal zu einer höheren Qualität, mehr Features, höherer Sicherheit und insgesamt zu besseren Plugins. Alle profitieren eben von Open Source. Jeder kann beispielsweise auch schon existierende Plugins auf seine speziellen Wünsche anpassen. Außerdem lernt man dadurch auch viel besser. Feedback für den einigen Code kann jetzt auch gegeben werden. Das ist super gut und sehr wichtig. So verbesserst du dich als Developer auch. Okay, jetzt wissen wir, was Open Source ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie einfach es ist, ein Plugin dazu zu veröffentlichen. Und dazu habe ich hier ein Plugin geöffnet, das ich auch schon mal programmiert habe in meinem YouTube-Video. So eine temporäre Spawn-In-Line-Track. Und an diesem Plugin zeige ich euch jetzt, wie einfach es ist, das auf dein-plugin.net zu veröffentlichen. Erstmal habe ich das Plugin hier auf GitHub gestellt. Das ist einfach eine Plattform, wo ich den Code quasi hochladen kann. Und das müsst ihr eben auch machen. Das ist Pflicht. Und dadurch haben wir jetzt unser Plugin eben Open Source. Das heißt, unser Plugin-Code ist Open Source. Und damit können wir unser Plugin auch dann später einreichen. Und das ist jetzt relativ cool. Wir müssen jetzt, um unser Plugin hinzuzufügen, eine neue Datei in unserem Projekt hier erstellen, dass er eben später auf GitHub kommt. Und die Datei heißt eben dein-plugin.jamel. Und hier müssen jetzt quasi die Mesadaten von unserem Plugin rein. Also ich habe das hier schon mal alles reinkopiert. Und ich werde euch kurz zeigen, was das ist. Also wir haben hier eben Namen von unserem Plugin. Zum Beispiel Spawn-Elytra, wer das gemacht hat. Also die Autors und hier die Microsoft-Saison, die es kommt. Hier eine kurze Beschreibung von Plugin und wie man das Ganze installiert. Und hier unten mein YouTube-Video dazu. Und das sind einfach Metadaten fürs Plugin. Anhand dieser Datei wird es dann auch eben auf der Webseite dein-plugin.net eben dann angezeigt. Also hier die Beschreibung und etc. Auf jeden Fall, wenn wir die Datei hier erstellt haben, dann müssen wir das eben wieder auf unser GitHub-Repository packen. Ich habe hier eben mein GitHub mit IntelliJer verbunden und kann das hier jetzt gleich hier committen und dann zu meinem GitHub hochpushen. Das machen wir mal ganz kurz. Und wenn wir jetzt hier unsere GitHub-Seite neu laden, dann sehen wir hier, dass diese Datei dein-plugin.yaml hier hinzugefügt wurde. Und jetzt gehen wir auf die dein-plugin.net-Seite, gehen auf Einreichen und geben wir einmal unsere E-Mail-Adresse an und einmal unsere GitHub-Builder drücken wir einfach Absenden. Und jetzt können das Plugin akzeptiert werden. So, mein Plugin wurde jetzt akzeptiert und wir finden das jetzt hier in der Plugin-Liste, hier unter Spawn-Elytra. Hier ist eben unsere Beschreibung, die Installationsbeschreibung, die wir alles festgelegt haben und hier eben mein YouTube-Video. Und jetzt können wir das hier rechts runterladen, wenn wir auf Download klicken, werden dann hier auf GitHub weitergeleitet, wo wir das Plugin hier runterladen können mit einem Klick hier drauf. Alle anderen Informationen, wie was für eine Plattform es war, die Versionen, etc., den Autor und hier eben unsere Repository ist natürlich auch alles verlinkt. Also eben genau diese Daten, die wir in der Datei dein-plugin.yaml angegeben haben. Und das macht es, finde ich, sehr, sehr praktisch, wenn man eben diese Meta-Datei für dein Plugin auch direkt in der Repository hat und nicht durch irgendwelche Web-Interfaces klicken muss jedes Mal, sondern auch einfach diese Datei verändern kann, weil das teilweise auch viel, viel einfacher ist. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Plattform dein-plugin.net geben. Aber euch doch klar machen, warum Open Source so wichtig ist und wie viele Vorteile es hat. Ich freue mich darauf, dass manche von euch euren eigenen Open Source Plugins auf dein-plugin.net veröffentlichen. Schaut gerne auch mal auf der Plattform vorbei. Vielleicht findet ihr auch Plugins, die ihr gerne runterladen wollt. Und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft dieser Plattform. Das war's für heute im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und frohe Weihnachten.